Schwerer Pfeil kann ich nicht. Flammenpfeil könnte ich voll voll Kaliber 45 könnte ich ein paar herstellen End Invent Lagerhaus Standard Munition 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 Geh ins Lagerhaus ins Lagerhaus damit Hätten wir schon mal verdient Was noch? Was wollte ich noch? Also meine Stichwaffe Nebenwaffe Waffe Ausrüstung ändern Waffe 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 Geile Aktion Was ist denn hier? Wickel Waffe ich bin ja völlig im arsch so inventar flasche sauberes wasser wildbeere ration kommt müsste ich eigentlich gleich noch mal was kochen hier herstellen Inventar nichts oh shit okay nichts zu essen richtig scheiße mega problem mein essen geht allein ja 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 Ah, Gott. junge das war ja dermaßen scheiße da haben wir den auftrag erledigt wickelbantagenblutungskids wickelbantagenblutungskids erst mal wieder hier die stechwaffe weg ich möchte meinen geliebten bogen wieder haben so ab ja auftrag fertig so blablabla angenommen ich wollte immer noch ein vogel von mir so nein nicht herstellen ausrüstung ändern kann ich noch irgendwas machen so jetzt irgendwie nach vorn kommen jetzt können wir mal was riskieren hier immer das dem wasser entlang ach so ich weiß ich kann nicht so weit rennen okay Das war's. Oh, doch mal ab. Oh, dummes Vieh. Wo ist der scheiß Springer? Oh Gott. Was für Assis. So, erstmal heilen. So, jetzt weiter looten. Da oben leuchtet was. Wird wohl wieder eine Kiste sein. Ein paar Pfeile verdrödelt, aber besser so als zehnmal gestorben. Da oben leuchtet. So, waren das jetzt alle hier in der Nähe? Ich werde noch wahnsinnig. Ach so, da ist das Fliegevieh. Jetzt wird's auch noch dunkel hier. Das Fass zerklopfen wir jetzt mal nicht. Was war das gerade? Bitte, bitte, bitte. Normal Schwierigkeitsgrad. Wo sind die Wichser? Wo seid ihr? Uh, das sieht gut aus. Oh oh. Rezept. Rezept. Überdruck. Munition. Was auch immer das wäre. Aluminium. Jawohl. Schießpulver. Holz. Kiste. Komm. Oh. 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 Holz. 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 Holz in Hegel. 2 leichen 52 pfeile Sauerstoff wird langsam ein bisschen weniger Geben wir doch mal ein bisschen was für Sauerstoff aus Wie viel kostet es denn? 81% Sauerstoff Räder Was hier alles rumliegt Ich darf jetzt bloß nicht krepieren Meine Sachen sind mir zu wertvoll Ganz geilen Gerätschaften grad Ich muss das nach hause bringen Oh 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 Komm herh So, erst mal du Mixer So, erst mal du So, erst mal du So, erst mal du So, erst mal du In aller Ruhe hier nach Hause joggen. Was wir jetzt in der Basis haben, haben wir in der Basis. Ich darf bloß nicht der Mörser-Kollege durchdrehen. Oh. 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 Oh du wichser! Kamper pisse dich doch. alles heimbringend was gab es hier noch öffnen sensoreinheit so feile auffrischen anpassen herstellung reparieren demontieren so lagerplatz aussuchen nein habe ich schon wieder vergessen wo ich mehr feile komme überlebensgewicht munition komplett auffüllen so essen flasches sauberes wasser 94